Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Hammerwatch. Natürlich wieder mit Grancy, der hier mal richtig Feuer macht. Hallo! Oder willst du mir Feuer unterm Hintern machen? Na, da käme ich doch nie auf die Idee. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nach links, haben wir so uns überlegt. Ja, wir klappern nochmal ab. Wir haben nämlich sehr viele Schlüssel. Ich glaube, diese bronzenen Schlüssel... Ach, Moment mal. Wir dürfen auch etwas nicht vergessen. Wo waren das jetzt noch? Ach so, mit den Stacheln, ne? Mit den Stacheln, genau. Genau, richtig. Hier oben. Bevor wir wieder irgendwelche Sachen liegen lassen... Ich habe einen roten Rubin eingesammelt und die Äpfel lasse ich da liegen. Obwohl, komm, einen esse ich. Äpfel brauchen wir gerade eh nicht. Hier, ah, warte mal. Hier oben links ist noch ein Raum. Da müssten wir nochmal rein. Bevor wir da nachher nochmal extra hinrennen müssen. Ich glaube, das ist der silberne... Ah, wir haben ja einen silbernen Schlüssel. Ach nee, hier ist ein Secret, shit. Ja, wir gehen jetzt unten lang. Wir gehen jetzt unten lang und schauen, wie weit wir da kommen. Und dann gehen wir nach oben zu dem silbernen Tor. Und dann, äh, metzeln wir uns durch. Klingt nach einem Plan. Das ist der Plan der Nation. Der Masterplan. Ach, guck mal. Boah, mir hat das Gefühl, die Charaktere sind mega lahm. Welcher Punkt? Genau, und da unten ist sogar so ein Defense-Typ. Wo? Da links, aber da brauchen wir den goldenen Schlüssel für. Nein. Ach, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Genau. Ja, dann können wir jetzt noch hier rum gehen. Guck mal hier, Level 3-Kombo. Ah, okay. Bei dem waren wir noch nicht, ne? Nee. Mal schauen, ob wir genug Geld haben. Aber... Will auch nicht. Achso, die Combo... Ja, nee, mir bringt die Combo leider nichts. Oh. Ah. Ah, okay. Ah. Könnte ich meine Heilung erhöhen auf 210. Also meine HP. Ich auf 70. Und ich könnte Move-Speed machen. Okay. Von 0,9 zu 1. Voll. Was ist hier? Hier kommen wir auch noch nicht weiter. Hier drüben ist noch ein Shop. Ach, nee, da brauchen wir wieder... Ah, okay, schade. Ja, hier können wir wieder extra leben und so kaufen. Alles kaputt machen. Und hier sind Stacheln. Ah, das sieht ungesund aus. Unglaublich, ja. Oh, wir müssen jetzt nach oben. Okay. Wir gucken ja nun mal. Hier ist bestimmt nur ein extra Secret, wie auch immer. Verdient hätten wir es. Irgendwas Tolles. Bitte. Bitte irgendwas Tolles. Oh, nee, ich glaube, die wollen... Oh, oh, hier sind so viele Säulen. ...wirklich, dass wir hier schon machen, jetzt. Ja, hier könnte wieder so eine Star-Tour sich verstecken. Ja. Okay, okay. Wir messen uns wieder durch. Und die komischen Clowns sind wieder da. Nein. Au, 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 aua. Vorsicht. Oh Gott, jetzt macht es aber schon ein bisschen Aua hier. Oh, au. Ja, wir müssen zu diesem Defense-Typen mal. Ja, da kommen wir aber, glaube ich, nicht hin. Nee, leider noch nicht. Vorsicht, dein Leben. Ja. Okay. Gleich tot. Machen die, äh, hier, diese Pfeil- und Bogentypen. Ja, die hauen richtig rein. Ja. Aber hast du nicht dein Schild, was das abfängt eigentlich? Oh, dann scheint doch nicht so viel. Wahrscheinlich nur irgendwie eine 10%-Chance oder keine Ahnung, was da stand. Ja, oder es lag halt noch an dem ganzen anderen Rest. Ah, sehr schön, die verfolgen dich und rennen schön in die, in die ganzen Dinger rein. Ja, ich bin ja nur fast tot, aber... Vorsicht, Bombe. 31. Die Irokesen kaputt. Ah, was ging mit dem? Weiß nicht. Jetzt bin ich auch fast tot. Na toll. Die machen echt dick Schaden. Die Clowns. Die mich wahrscheinlich gerade so... Das kann gut sein, ja. ...mächtig... ...killt fast. Au, da wirft jemand. Geht tot. Geht tot. Oh, ich hab ihn gestand. Das ist meine Scheiße. Ja, rauf da. Auch die Slimes, die sind immer... Die sind cool. Hier ist schon wieder so ein... ...geheimes... ...dingen. Interessant. Na, komm, Schaden. Oh, der eine Slime. Immer nervig, wenn ein so ein blöder Gegner auf einen zurennt. Ja. Wo man wegrennen muss, weil man selber nur noch acht hat. Achtzehn. Hier. Dummdi-dum-dum. Hier ist schon wieder eine Mauer. Toll. Jetzt hast du irgendwo... Ah, guck mal. Da war nichts aufgegangen. Vielleicht müssen wir erst auf die andere Seite und den anderen Schalter auch noch machen. Kann sein, ja. Ich meine, gut, inzwischen haben wir so viele Leben uns angesammelt, das ist ja nicht so wild, wenn jetzt immer mal stirbt. Doch. Für unsere Ehre. Ja, genau. Wir haben einen Huf zu verteilen. Doch, hier. Ah, da geht's noch weiter, ja. Ah, das vorhin auch? Ich glaub nicht. Oh Mann. Wow, ein Dreifachschuss hat der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sollten nur um die Ecke gehen, sonst schießt der. Wow. Oh, ich hab nur noch... Wow. Okay, warte. Machen wir es so. Okay. Pass auf, hier links war eine Säule, hab ich eben schon gesehen, dass du hier geschossen hatte. Da ist eine Rabattmarke. Oh, hier oben ist auch eine Säule, Vorsicht. Komm, dropp mir einen Apfel. Dropp mir einen Apfel, dropp mir einen Apfel, dropp mir einen Apfel. Oh Mann. Da kommt man auch nicht hin. Hier kommt man auch wieder nicht hin, ne? Noch nicht. Pass auf mit dem Säulending hier. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt machen. Ich hab nur noch neun, ich bin gleich tot. Okay, warte. Wo ist denn der da? Ah, hier kann man sich auch gut verstecken. Oh, ich hab ein Schwert gesehen. Oh, das macht bestimmt mehr Schaden. Oh. Ich bin tot. Wow. Wo sind wir denn jetzt hingegangen? Ach ja, nach oben, ne? Ja, genau. In die nächste Etage. Naja, immerhin ist meine HP jetzt wieder voll. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau. Bist du das, die da jetzt schon kommt? Ja. Oh, du warst ja schnell. Ja. Ach ja, du wärst jetzt auf der ganz anderen Ebene wieder vielleicht neu gekommen. Nee, nee, ich bin bei der Tür gestartet. Ah, weil wir hier noch keinen Save-Point hatten, wa? Genau. Oh, guck mal. Ah, 5% mehr Damage. Okay. Das nimmt man, äh, gerne mit. Cool, cool, cool. Oh Mann, ich metzel mich durch, ich metzel mich durch. Ich sollte nicht mehr so viel metzeln. Wir haben uns aber auch verdient, dass wir hier ein bisschen mehr Schaden machen, ne? Ja. So viele Gegner, wie wir schon gekillt haben. Oh Mann. Vorsicht, da ist wieder so ein Triple-Shot. Oh! Quattro-Shot. Das ist ja eher ein Vierfach-Shot. Aua, aua. Guck mal, diese Übertreiber. Oh Gott, die bringen mich um. Weiß nicht, wo ich mich hinstellen soll. Ja, jetzt hast du, haben wir selber. So, ich mach mal hier unten noch das Nest kaputt. Ach, da war auch noch ein Nest. Ja. Oh, ich hab einen Apfel gefunden. Yay. Sehr gut. Immerhin ein Apfel. Ein ganz kleiner. Und kommen wir immer noch nicht dran. Stören, ne. Ach, Mann, ey. Hier. Das ist irgendwie deprimierend. Wow. Da bringe ich mich schon fast selber um durch eine Bombe. Oh Mann. Das wär's noch, ey. Da schießt was. Ja, ich weiß, ich komm hier nicht ran, leider. Ja, ich renne auch noch fast in seinen Schuss rein, ey. Glückwunsch. Ah. Ja, du willst es doch nur spannend machen, gibst du. Ja, total. Vorsicht, da ist so ein Punker. Ich glaub, der Punker ist schon kaputt. So, mal gucken. Das Nest noch platt machen. Ah. Ach, so weit kommt der gar nicht. Oh Mann. Die sind überall. Ja. Ich glaub, ich werd gleich wieder sterben. Oder ich nehm' mal meine Flasche, aber wir haben bisher noch nicht eine neue gefunden. Ja, stimmt. Ich hab auch keine mehr. Ach, du bist an dem... Oh Gott. Warte, ich stell mich mal hier so hinter dich, dann kann ich dir ein bisschen Unterstützung geben. Ich warte. Oh, okay, so. Du Metze! Vorsicht. Es hat nicht gereicht. Okay, jetzt ist es kaputt, toll. Ah, ja, ja, ja. Die Ebene, die hat es schon so ein bisschen in sich langsam, aber sicher. Ja, ja. Es macht ganz viel Spaß. Ganz viel. Wo waren wir jetzt eigentlich? Wir sind nach oben wieder einfach. Immer weiter nach oben. Ja, ich bin nicht in der Horde von Monstern. Immer weiter nach oben. So, hallo. 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 Oh Gott, ey. Oh, ich hab ja noch meinen Sprint. Das darf ich nicht vergessen. Ja. Stimmt, damit kannst du natürlich auch richtig gut aus Gefahrensituationen raus. Ja. Macht das Nest mal kaputt. Offensiv, sondern auch defensiv. Sehr gut. Oh, nein. Das ist schon wieder so eine blöde Säule und so ein Vierfachschiff. Ja, diese Quattro, ey. Dinger, oder? Arbeitet wohl bei Audi, ey. Oh mein Gott, jetzt kommen sie von allen Teilen. Der soll mal um die Ecke gehen, dann kann ich den beschießen. So, geschafft. Uh. Mein Gott, das wird hier langsam anstrengend hier. Ja, es wird anspruchsvoll. Meine Güte. Wer hätte damit gerechnet am Anfang? Oh, guck mal, hier ist noch ein Nest. Ja, hier oben auch. Jetzt nicht mehr. Und auch so eine Star-Tour mal wieder. Ah, und da oben kommt irgendwie ein Double-Shot. Nein! Lass ihn mir ja noch treffen von denen. Ich hab hier auch gerade ne kleine Horde. Ah, das ist ein Quattro-Shot auch. Mist. Aua. Warte, soll ich dir helfen? Ja, den Quattro-Man hab ich. Aber die anderen haben mich so ein bisschen genervt. Oh, da ist schon wieder einer. Diese Fernkämpfer, die nerven mich am meisten, ne? So, er ist weg. Sehr gut. Oh, wir haben keinen Schlüssel mehr. Oh mein Gott. Echt? Wir hatten doch vorhin noch irgendwie, keine Ahnung, 30 oder so. Oh, was ist denn da? Ah, Vorsicht, hier ist irgendwelche Dinger, die im Boden sind. Ja, das ist aber schlecht, wenn die da entstehen. Wie machen wir denn das? Wow. Okay, ich hab ihn. Wow. Oh! Ach, die schießen immer. Jetzt hab ich's gecheckt. Die schießen immer, wenn du in die Nähe kommst, quasi. Ja. Ich bin nicht gestorben. Fuck! Ich wollte das nicht. Ich bin auch tot. Was hast du gemacht? Ich hab das Secret gelöst und auf einmal kamen megaviele Skelette um mich herum. Das war dann echt ein bisschen ungesund für meinen Magier. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Warte, ich versuch grad zu dir zum gelangen. Oh, okay. Bisschen lang, da lang, okay. So. Huiuiui, also das Level hier ist schon ein bisschen Hardcorer. Autsch. Ach, hier waren wir, okay. Boah, das ist noch so viel, was wir noch erleben können. Hm, das stimmt. So, ich glaub... Geht doch alle nach Hause. Wo rennst du denn rum? Ich bin hier über... Nee, hä, wo bist du denn? Ja, oben. Ach so. Ach, da bist du ja. Ich bin schon wieder beim Secret, deswegen. Ja, warte, da war ich ja auch gerade. Ich bin dann ein kleines Stückchen runtergegangen. Ach, Vorsicht, ey. Ah ja, du kannst so schön rennen. Irgendwann hat sich wieder ein Secret aufgetan. Ah, jetzt nur wo? Hier unten kommen wir lang. Ich weiß ja nicht, ob wir hier schon vorher langgekommen wären. Weg, 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 weg. So. Ach so, ah, da ist das Ding wieder. Ja, okay. Und weg. Boah, das ist aber echt nervig, ne, mit dem. Weg. Oh, ich hab hier noch ein paar Schützen. Okay, sehr gut. Meine Hütte. Okay, die kleinen Viecher hier. Boah, jetzt werde ich hier von unten beschossen und ich seh die noch nicht mal. Und wer ist das denn? Oh, guck mal. Oh. Ich hab den ersten Secret Raum gefunden. Sehr gut. Zack. Ich glaub, wir müssen die ganze Gegend nochmal abklappern. Wer weiß, wie viele wir übersehen haben. Damage? Nö, sowas brauch ich alles nicht. Wie viel Geld hab ich eigentlich? 4.000, wow. Brauchen wir wieder einen vernünftigen Shop, wo ich ein bisschen Lebenspunkte oder Dingens bekommen kann. Schaden. Ja. Schaden wäre sehr schön. Oder Rüstung. Ah, hier ist sogar ein Savepoint. Mhm, das ist ganz praktisch. Soll ich den mal aktivieren? Oh, ein Mist. Ja. Ich hab leider nicht drauf geachtet, wodurch ich die Wand hätte erkennen können. Ach so, hast du durch Zufall nur gemerkt. Wenn ich jetzt zur Säule renne, kommen ganz viele. Vorsicht, ja, die kommen. Boah, nice. Okay, los jetzt. Oh, ne zweite Säule hat sich aktiviert. Das ist gemein. Und ganz viele. Ja, die können ruhig kommen. Das ist... ...Skelette. ...Skelette. ...Fahntüten. Wie auch immer. Oh, ist das geil, wenn man diese Combo hat, wie schnell man ist. Der vereist mich auch noch. Oh, warum stirbt der denn nicht? Also, was heißt stirbt? Also, wieso geht der nicht kaputt? Nein! Oh nein, er ist genau da. Aber der Save-Port war ja typisch hier vorne. Ah, mein Gott, ich verschwende in unsere ganzen Leben hier. Also, jetzt sterbe ich aber nicht mehr. Oh, er hat sich was vorgenommen da. Die ganzen Nester müssen wir erstmal ausräuchern. Guck mal, der ist auch schon der erste Schlüssel für den Boss-Gegner. Oh, okay, sehr gut. Also, Schalter. Wie auch immer. Boah, diese Fernkämpfer, ne? Oh Mann. So, okay. Hab's. Ach, wir sind eh nicht in der Reichweite von dem komischen Gerät. Nee, gerade nicht. Oh, da ist ein Dicker. Autsch, ja, ich renne natürlich auch voll rein, ne? Wollte ja nur zum Explodieren bringen. So, geschafft. Den Rest darfst du machen. Okay, ja, die Slimes, die sind mit dem Feuerball nicht so schlimm. Oh, was tue ich? Ich bringe mich um. Warum was los? Oh, schnell in Sicherheit. Ach, hier sind noch mega viele Skelett-Spawner. Was, wieso kann der denn? Ach nein, das ist ja ein Abgrund und keine Mauer. Ich hab nur noch acht. Ja, das ist... Das ist jetzt natürlich suboptimal. Ich hab nur noch 106. Ach, doch nur noch so wenig. So, aber wir haben doch nicht einen Trank gefunden, ist das nicht merkwürdig? Das ist echt heftig, ja. Ich mein, gut, bei der einen Ollen hier kann man das ja kaufen notfalls. Wärst irgendwie gerade ganz praktisch hier. Ja, ich will hier gerade mal die Nester kaputt machen und dann diese blöde Falle. Weil die Nerven schon ein bisschen... Ja, ich bin schon dabei. Und dabei, ich bin schon dabei. Ich hab so einen mega langen Weg. Vorsicht! Oh, doch, du... Aber noch Vorsichtssachen. Ich hab auch nur noch acht. Ach, ist das schön. Vielleicht hol ich mir sonst mal gleich ein bisschen Lebensenergie bei der einen da wieder. Kostet ja nicht so viel, meine ich, ne? Nee. Besser als unser Leben dann... ...zu riskieren. Ja! So, warte mal, ich geh mal... Ich hol mir mal einen Trank. Und ich würde sagen, sonst können wir sogar eigentlich... ...ein Cut machen. Cut machen, genau. So, warte. Oh mein Gott. Ja, guck mal, für 147, das... Nee, das muss drin sein. Da darf man nicht zu geizig sein, Leute. Merkt euch das. Ja, ich kaufe jetzt mal ein Leben. So, der Checkpoint. Weil ich verschwendet habe. Checkpoint ist auch gesaved. Na, ich bin auch schon viermal gestorben. Ich bin aber jetzt schon sechsmal gestorben. Ja, da kommen mir schon noch einige Tode bei uns beiden hinzu. Oh ja. Also, der Counter, der wird noch in die Höhe getrieben. Aber wir haben ja noch zweistellig. Also, von daher... ...mache ich mir gar keine Sorgen. Alles noch im grünen Bereich. Mache ich mir gar keine Sorgen. Genau. Okay, Leute. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.